Guten Morgen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Battlefield 4. Wir spielen heute mal ein bisschen weiter und ich dachte mir, wir haben ein bisschen Spaß. Ja, wie ich sehen kann, euch gefällt das glaube ich gerade momentan Batman. Es kommt jeden Tag um 10 Uhr. Es sind aber nicht viele Folgen, das kann ich euch schon mal verraten. Dadurch, dass es nur eine Season ist, wir warten natürlich auf die zweite. Und dann geht es natürlich mit Vergnügen weiter. Aber wir gehen mal da hin. Guck mal, da oben sind wieder total viele. Da ist ja auch der Legionsort, der ganzen Spieler ist hier oben zu sein. Oh, ich wollte gerade schießen hinter mir. Scheiße. Naja, ist ja nicht so schlimm. Aber ich hoffe, euch geht es allen gut. Mir geht es gut. So, müssen die Düsenjets fliegen natürlich. Oh, einmal rum. Ist aufgeladen. Oh, ey. Ist nicht von dir. Ist ein feindliches Fahrzeug. Einsatzziel Bravo wurde gerade neutralisiert. Gut. Ah, Mist. Das Bild ist, dass wir nicht zurückgucken können, wo die Ratte ist. Ah, genau hinter mir. Okay, wir steigen aus. Wir haben gerade rein das Ziel Alpha verloren. Schade. Mist, Mist, Mist. Ich hätte vorher schießen sollen. Also, wo ich noch im Fall schon war. Hey, steige rein. Es geht weiter. Wie gesagt, also, die Folgen kommt immer so morgens um 10. Ich finde das eigentlich eine angenehme Zeit. Somit, falls ihr morgens Bock habt, mal eine Folge zu gucken, finde ich das auch ganz okay. Nein. Wo die Leute haben ja nicht. Nein. So. Oh-oh. Keiner, gerade! Oh-oh. Kommt gleich einer. Du wirst... das ist ja das gute zerstört perfekt ich habe geschossen gegen so eine ratte oben drauf bleiben ganz knapp weiter weil ich hatte von der entfernung hätte ich niemals erschießen können nicht mit meiner pistole also mit meiner waffe ich gehe gar nicht so aber was machen wir also mama wünsche ich mir echt scharfschützengewehr aber nur scharfschützengewehr ist ein bisschen öde wir wollen ein bisschen im krieg mitwirken und nicht nur als außenposten immer kleine fische töten mal hierhin normalerweise ist das hier eigentlich der hauptpunkt wo eigentlich an sich angreifen entweder hier oder natürlich bei a und b einsatz ziel bravo wurde neutralisiert jetzt wenn ich besser fahren könnte wir waren schon mal besser wir waren schon mal besser also das hier mit dem tipp ding das ist auch ein sender ich habe das normalerweise ausgestellten wir haben gerade die kontrolle über einsatz ziel echo übernommen naja 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 so da scheint ein feindlicher panzer zu sein festlich deiner position ich habe auch nichts ich habe nur luftabwehr ich habe auch nichts ich habe nur luftabwehr wir haben gerade einsatz ziel echo verloren wir haben gerade einsatz ziel echo verloren und getötet so das problem ist er hier ich habe keine chance nicht mit meinen momentanen waffen bescheuert ey aber naja wir können ja mal gucken was wir noch machen können dann gehen wir hier hin und tschüss digger wo wird das gemacht hier in deutschland keine gnade kapital kapitalikation gibt es nicht da kommt wie ein panzer habe ich so viele chancen wie eine fliege gegen elefanten keine das ist doch war mal echt blöd so anscheinend ist das nicht deiner position erweiter ist naja ich freue mich schon auf battlefield 1 auf jeden fall und gerade noch so rein und gerade noch so rein ich brauche den mechaniker so hier ist einer nur einer die versteckt sich irgendwo auf warte mal ich freue mich wir haben einsatz ziel alpha verloren südlich deiner position ist ein feindwarzer da oben oh man der steht zwischen türen arme all da jetzt ist momentan keiner hier aber das problem ist sie kommen werden gleich hier es kommt kein Problem ein bisschen feige ich habe nichts weiter wo ich ihn töten kann ich habe rausgegangen da oben das habe ich ganz vergessen die da oben war naja das ist ja nicht so schlimm der ist weg verfahren wir kommen von einem kanzler ja hier kann ich aber auch nichts machen so der war geil oder ich habe ihn getroffen auf jeden fall aber hat nicht gezählt scheiße ja lachen scheißdinger da man wir haben die kontrolle Okay, wir fahren weiter. So, jetzt machen wir uns ein ganz spektakulär hier. Oh, voll verschossen. Wollte er nur aussteigen, die kleine Ratte. Erst Panzer! Westlich deine Position! Man, ich wollte die Donner töten. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat was Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann und auf Wiedersehen. Ciao! Ciao!